Herzlich Willkommen mit der Freunde, Investor und Newcomer, was geht ab Leute, gucken wir uns mal an was der Markt macht, ich hoffe euch allen geht's gut, schaut euch das mal an, in den letzten 5 Minuten ist Bitcoin mal wieder unter die 50.000 gefallen, dippt so ein kleines bisschen runter, nichts desto trotz super super langweilig und zermürbend was auf dem Markt passiert, wie ihr sehen könnt, einige Coins immer noch im Rot, einige Coins immer noch im Bereich Grün, nichts Außergewöhnliches, wirklich wirklich super super langweilige Phase, Bitcoin Dominanz wie ihr oben sehen könnt, hält sich immer noch unter der 40.000 wollte ich schon sagen, unter die 40% Ethereum hält sich stabil bei 22%, super super interessant, Marktkapitalisierung, die gesamte Marktkapitalisierung bleibt teilweise gleich, wir flaggen jetzt in diesem Bereich bei 2,3 Billionen ungefähr, nichts Außergewöhnliches, der Fear and Greed Index geht ein kleines bisschen nach oben, allerdings meines Erachtens nach noch nichts Stabiles, was hier passiert, wenn diese Projektoren weiter so gehen und wir uns weiter in diesen Bereichen hier halten und flaggen, bin ich der Meinung, wird das auch noch wieder in Richtung Angst gehen, außer wir kriegen bald einen kleinen guten Schub nach oben, Ich werde kurz auf Brian Brooks eingehen, er hat den Kryptomarkt einfach super präsentiert gestern vor dem US-Kongress, Die haben sich ja getroffen, mehrere CEOs, auch von Coinbase und darunter auch Brian Brooks war dabei, der Ex-OCC Head und auch der Ex-Binance US CEO und der hat da wirklich super Aussagen gemacht, fand ich sehr sehr interessant, darauf gehen wir gleich ein auf Twitter. Sonst habe ich jetzt nichts wirklich tolles an News gefunden, es gibt zwar hier und da paar, aber ich will euch nicht damit langweilen, nur damit man einfach nur irgendein Video raushaut, ihr wisst, ich mag sowas nicht, wenn ich nichts Interessantes finde, dann will ich auch nichts wirklich repräsentieren, was das angeht. Daher wird das Video auch nicht allzu lange, wir gucken uns aber an, was Brian Brooks gesagt hat, ich finde, der hat richtig zerstört, was die SAC da einfach fabriziert. Bevor wir das Video aber starten, Leute, wenn ihr mögt, was ihr hier seht, dann liked, indem ihr einen Chuck Norris Roundhouse Kick, sowas von auf diesen Like-Button drauf haut, für tägliche News und Hintergrundwissen zu Altcoins, abonniert diesen Channel und wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet und diesen YouTube-Algorithmus so richtig durchschütteln möchtet, damit wir eine Chance in diesen unendlichen Weiten des YouTubes haben, dann schaut das Video von vorne bis hinten durch und teilt das Video auch gerne. Okay, Leute, was hat Brian Brooks hier gemacht? Er hat einfach mal ein, zwei bis drei, ich habe mehrere Videos gesehen, was er da im Kongress gesagt hat. Einfach nur faszinierend und richtig schön. Hören wir uns das mal an, was er hier gesagt hat. Das hat hier XRP-Chiss geteilt gehabt. Hören wir einmal kurz rein, dann übersetze ich euch das. If I decide that XRP is a security, why won't we let it list on a US exchange? The problem is we treat cryptoassets differently from all other assets. And the answer is, just recognize them for what they are. These are assets that represent some underlying activity. It could be a network, it could be an application. They have a value that people are willing to buy and sell at. Let them in. That would be my message. Let them in. Also, richtig, richtig schön, was er hier gesagt hat. Er hat die SEC eigentlich komplett zerstört. Er sitzt hier ja vor dem Kongress und er sagt halt, hey, wenn XRP ein Wertpapier sein soll, ja dann erlaubt es doch, dass es in der Börse gelistet wird. Warum wird das dann nicht erlaubt, wenn man das schon als Wertpapier bezeichnet? Ich kann euch erzählen, warum nicht, weil es einfach eine andere Funktionsweise hat. Es ist ein Asset, worauf Services aufgebaut werden können, was einen bestimmten Wert hat, den bestimmte Kunden bereit sind zu bezahlen. Ein Netzwerk kann darauf laufen, eine Applikation kann darauf laufen und lasst es rein. Lasst es einfach rein. Damit meint er halt, dass man XRP jetzt nicht ausschließen soll. Fand ich richtig, richtig nice, was er da rausgehauen hat und vor allem auf eine Art und Weise, dass die recht unwissenden Politiker, die haben ja nicht so viel Ahnung davon, langsam verstehen, worum es sich da überhaupt dreht in dieser Klage, die in den USA schon ziemlich, ziemlich groß geworden ist. Digital Asset Investor hat noch einen Teil hier geteilt gehabt, was ich auch noch sehr, sehr interessant fand, was er gesagt hat und hören wir da auch jetzt erstmal wieder rein, Leute. Er sagt, dass er in der OCC gearbeitet hat, wenn eine Bank reinkam und irgendwas Neues beantragen wollte, dann konnten wir ihnen sagen, ob es legitim ist oder nicht und ob er das darf oder nicht oder was er prinzipiell machen muss, damit bestimmte Regulatorien erfüllt sind. Wenn ein Crypto-Unternehmen zu der SEC geht und dort sich anmeldet und sagt, das und das habe ich vor, dann können die nicht sagen, ob sie sich im Bereich der Regulatorien aufhalten oder nicht. Und das ist einfach unglaublich dämlich, weil die SEC hat hier Double Standards. Die lassen Bitcoin und Ethereum durch, geben Free Pass und XRP, nö. Bei dem einen gilt der Howie-Test, bei dem anderen auf einmal nicht mehr, weil sie irgendwelche komischen Anpassungen für sich selber machen und das ist halt das Komische halt, diese SEC-Klage. Und gestern lief das auch nicht wirklich gut für die SEC, weil sie sich jetzt entscheiden müssen, gilt der Hinman-Speech jetzt wirklich als Meinung von Hinman? Weil in diesem Fall, wenn das nur Hinmans Meinung war, dann gilt dieser Privilege-Log einfach nicht. Oder ist es jetzt eine offizielle Meinung gewesen, die Hinman vertreten hat, wo man dann argumentieren könnte, hey, jetzt macht dieser Privilege-Log überhaupt Sinn. Und das ist halt das Spannende, man kann nicht beides haben und da geht SEC einfach in so eine Zwickmühle gerade rein, wo es nur sehr, sehr schwer ist rauszukommen, wo viele, viele Zeichen langsam darauf hindeuten, dass sie sich langsam für ein Settlement entscheiden sollten und sich dann letztendlich einigen. Ich habe auch einen Beitrag hier gelesen gehabt von einem SEC-Anwalt, der jetzt behauptet, dass eventuell dieser Free Pass, den Ethereum bekommen hat, nochmal überdacht werden muss. Und das ist jetzt interessant. Sollte also diese Klage durchgehen, wird Ripple wahrscheinlich doch das einzige Unternehmen in den USA sein, was regulatorische Klarheit hat und letztendlich den Free Pass dann bekommt. Weil wenn sie dann wirklich nochmal hinter Ethereum her sind, damit das jetzt alles schlüssig ist, was sie mit XRP machen und damit sie nicht wie die Idioten hier rauskommen aus dieser Klage, weil sie einfach nicht begründen können, warum XRP eine Security sein soll, ein Wertpapier und Ethereum nicht. Und genau diese Dokumente wollen sie ja jetzt auch nicht rausgeben. Darum sagen, ja, wir haben den Privilege Log da drin und wir wollen uns dazu nicht äußern und ihr dürft auch keine Einsicht dazu haben. Machen sich das Leben da ziemlich, ziemlich leicht. Und wie gesagt, sieht einfach nicht gut für sie aus. Ich habe hier noch eine Kleinigkeit gesehen gehabt, was ich interessant fand von Jack the Ripple und viele, viele fragen sich dann, ja, wenn sowieso diese ganzen Fiat-Währungen, Euros, Juens und alles, was ihr hier auch seht, und Dollars, wenn die sowieso digital werden sollen. Wozu braucht man dann noch XRP? Man braucht eine Brückenwährung. Nicht alle digitalen Währungen werden zum Beispiel über das gleiche Netzwerk laufen. Einige nutzen vielleicht Stellar Lumens, andere benutzen vielleicht XRP, andere benutzen vielleicht Cardano, andere vielleicht Ethereum. Und man braucht jetzt eine Brücke dazwischen, weil nicht alle Blockchain sind interoperabel miteinander. XRP ist von Natur aus interoperabel und kann zwischen all diesen Netzwerken kommunizieren. Und wenn es nicht alles über XRP laufen wird, was ich der Meinung bin, was sowieso der Fall sein wird, weil es viele Netzwerke geben wird, die nebeneinander existieren werden. Nicht wie viele Maxis, die behaupten, na, das wird über XRP laufen, glaube ich nicht, dass sowas kommen wird. Aber man braucht Interoperabilität. Und das ist das Wichtige. Wir haben immer noch Wechselwährungskurse und all sowas. Das alles existiert immer noch. Und der Settlement, der stattfinden muss, der wird über XRP auch direkt abgewickelt. Das heißt, wir haben nicht nur den digitalen Transfer, sondern das Settlement wird direkt innerhalb von drei bis fünf Sekunden abgewickelt über XRP. Und das sind viele, viele Newcomer, die dann noch nicht ganz verstehen, wozu braucht man denn noch XRP, wenn alles digital wird. All die Probleme, die man jetzt noch hat mit dem Fiat-Geld, die wird man auch haben, wenn das digital wird. Immer noch Nostro-Konten von zig Billionen. Und XRP ist die Lösung dafür. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch, was für eine einzigartige Technologie hinter XRP steckt. Okay, Leute. Währenddessen XRP-Preis ziemlich weit unten. Das RSI zeigt uns einen ziemlichen überverkauften Markt. Ich weiß nicht, da hat einer kommentiert gehabt, du hast überkauften Markt gesagt, habe ich vollkommen verwechselt. Das ist ein überverkaufter Bereich, in den wir uns hier rein entwickeln. Und das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen. Wir haben auch einen langsam kleinen Bounce-Off, dass es einen super Anstieg vorne steht. Wir haben noch nicht mal die 23,6-prozentige Fibonacci-Retracements hier angetestet. Als wir hier oben waren, waren wir erst bei der 50-prozentigen Fibonacci-Retracements. Das sind einfach solche, solche bullischen Entwicklungen. Ich sehe hier einfach ein Katapult, was sich lädt und bin immer noch sehr, sehr bullisch eingestellt, was das angeht. Ethereum hat hier auch einen kleinen Mini-Wini-Pullback. Wir haben uns, beziehungsweise, was heißt hier Pullback eigentlich? Wir sind ja die ganze Zeit in diesem Bereich hier unten zwischen den zwei schwarzen Balken am Flaggen. Zwischen der 3.986 und der 4.379. Wir sind gleich darüber und befinden uns jetzt wieder hier unten in diesem Flag-Bereich gerade mal. Und wie bullisch das eigentlich noch ist und in welchen Bereichen wir uns hier überhaupt befinden. Immer noch in den All-Time-Miles. Das sehen wir, wenn wir von tief aus die Fibonaccis in die Negative ziehen und schauen, wo wir da überhaupt sind. Wir flaggen hier immer noch im Bereich von 23,6 Prozent bis zur Spitze. Und das ist einfach faszinierend. Ich habe euch gesagt, wie beeindruckend ich finde, was Ethereum hier macht in dieser Phase, wo alle anderen Coins so stark nach unten korrigiert haben. Faszinierend einfach. Was macht Bitcoin? Bitcoin sackt gerade einfach ein bisschen ein. Wenn wir auf den Minuten-Chart gehen, dann sehen wir, was hier passiert ist. Schaut mal, in den letzten paar Minuten ist das Ding mal so richtig nach unten gegangen. Nicht nur Minuten, sondern in den letzten Stunden. Wenn wir uns das mal angucken, was euch sehr, sehr interessant war, schaut euch das mal an hier. Ich ziehe die Linie mal so. Gestern, ungefähr zu den gleichen Zeiten, hier um 11 Uhr. Heute war das hier irgendwo gegen 8, 9 Uhr. Haben wir die gleichen Höhen gehabt mit einer ziemlich ähnlichen Korrektur nach unten in diese Bereiche erstmal. Dann haben wir einen kleinen Anstieg nach oben gehabt mit einem stärkeren Wig. Sehr, sehr interessant, dass ungefähr zu den gleichen Uhrzeiten beinahe die gleiche Korrektur geschieht. Und das nur in einem Tagesabstand. Aber nichtsdestotrotz müssen wir hier abwarten. Es ist immer noch eine sehr, sehr zermürbende Phase hier mit Bitcoin. Wir flaggen hier jetzt hier ziemlich stark in diesen Bereichen hier rum. Das ist einfach zermürbend und das nervt einfach. Schaut mal, wir flaggen genau in diesem Bereich hier noch rum. Wir haben uns hier mit dem Candle Body runterentwickelt, bis auf diesen Niveau, den wir hier hatten am 5. Dezember. Wir gehen auch hoch und mit den Candle Bodies bleiben wir nicht weit über diesen Tiefpunkt, den wir hier gesetzt haben, bevor wir die Spitze des ersten Daumens gesetzt haben. Also noch ziemlich, ziemlich langweilig, was hier passiert. Nichtsdestotrotz schauen wir uns mal an die Bitcoin Dominanz. Die baut sich wirklich langsam so auf, wie wir es auch 2017 hatten. Mit diesem letzten Abstieg sollte Bitcoin jetzt weiter anfangen zu steigen auf die Fibonacci Retracement von 70,2. Das wären ungefähr die Bereiche zwischen 60.000 und 62.000. Und wenn Bitcoin das jetzt tatsächlich macht und die Dominanz anfängt nachzulassen, das heißt Bitcoin steigt auf die 70,2 und es lässt hier weiter nach und geht hier weiter runter. Hier in diese 36er Bereiche. Leute, wenn das dann passiert und wir einen Anstieg bei den Outcoins haben, Eureka, dann geschieht alles, was wir für unsere 4 Indikatoren brauchen und wir sind dann raus aus dem Markt, Leute. Okay, mit diesen Worten bedanke ich mich vielmals. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Und Crypto Heroes out! Ich undepite mich vielmals auf die Reihe von 7.5 Uhr. Vielen Dank.